Ich habe heute Morgen gelesen, da gibt es wirklich in Norwegen ein Spiel, der hat in der E-Jugend beim 22 zu 0 21 Tore geschossen. Haaland. Haaland hieß der. Vielleicht sollte man sich den Namen merken, ich weiß es nicht. Jetzt spinn doch nicht rum, jetzt kommen doch die mit E-Jugendspielern um die Ecke. Ich habe heute Morgen gelesen, da gibt es wirklich in Norwegen ein Spiel, der hat in der E-Jugend, in der E-Jugend, in der E-Jugend. Ich habe heute Morgen gelesen, da gibt es wirklich in Norwegen ein Spiel, der hat in der E-Jugend beim 22 zu 0 21 Tore geschossen. Haaland. Haaland hieß der. Vielleicht sollte man sich den Namen merken, ich weiß es nicht. Jetzt spinn doch nicht rum, jetzt kommen doch die mit E-Jugendspielern um die Ecke.